Ich werde ihn da rausholen. Lena, bitte nicht. Mistral, komm. Mistral, nicht! Du kennst die Pferde so gut wie ich. Man soll bei einem Kampf auf keinen Fall dazwischen gehen. Das kann nicht er sein. Das ist nicht Mistral. Er ist ein Wildpferd. Was hattest du erwartet? Istral! Istral, hör auf! Lena, weg da! Lena, alles in Ordnung? Ja, denke schon. Mistral! Mistral! Mistral hat seinen Kampf gewonnen. Sieh mal, sind sie nicht schön, die zwei Verliebten? Du kannst mich jetzt wieder loslassen. Mistral ist nicht mehr in Gefahr. Er ist der neue Anführer der Herde. Dann wird er nicht mehr mit uns zurückkommen. Mistral! Du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Was? Du wirst mir fehlen. Na komm. Lass uns gehen. Ich hab Lena schon zehnmal angerufen. Sie geht nicht ran. Mach dir keine Sorgen. Ich bin sicher, sie werden Mistral finden. Beim Feuermachen bist du wohl genauso talentiert wie beim Dach reparieren. Das Holz ist total nass. Was kann ich dafür, wenn's durchregnet? Oh, mir ist kalt. Soll ich dich vielleicht wärmen? Ich hab da eine super Technik. Na ja, äh, ich weiß nicht so recht. Ah, sachte, du tust mir weh. Und wie geht der Notfallplan, um im Trockenen zu schlafen? Zeig ich dir gleich. Das. Und wie geht der Notfallplan. Ich komm. Soll das, ich weiß nicht. Die Veränderung wird aber noch mehr zu sein. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht.